Moin moin Leute und herzlich willkommen zu dem weiteren Tutorial hier auf meinem Kanal. Bestimmt habt ihr in einigen Streams schon mal gesehen, dass manche Streamer ein Follower-Goal bzw. ein Subscriber-Goal eingebaut haben. Sprich eine Anzeige, die anzeigt, wie viele Follower oder Subscriber der oder die Streamerin zum Ende des Monats oder zum Ende des Jahres haben möchte. In diesem Video möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr auch so ein Follower- oder Subscriber-Ziel erstellen könnt. Ich hoffe, ich kann euch mit diesem Video weiterhelfen. Lasst doch gerne einen kostenlosen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Um so ein Follower-Ziel oder Sub-Ziel zu erstellen, gehen wir ganz einfach hier bei unseren Quellen, wie das gewohnt ist, wenn ihr eine Quelle hinzufügen wollt, auf das Plus. Und dann sieht man hier rechts alle Widgets, die es gibt. Also, wie schon in einem Video erklärt, die Alert-Box und dann auch hier das angesprochene Follower-Ziel oder auch Abonnenten-Ziel. Neben diesen beiden Zielen gibt es natürlich alle möglichen Ziele, wie zum Beispiel auch ein Spenden-Ziel, ein Bit-Ziel, aber auch andere Widgets, wie zum Beispiel die Chat-Box oder die Zuschauerzahl oder ein Sponsoren-Banner. Es gibt also unendlich viele verschiedene Sachen, die ihr da einfügen könnt. In diesem Video geht es allerdings einmal nur um das Follower-Ziel und das Abonnenten-Ziel. Alles andere würde hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Falls ihr Interesse zu einem bestimmten Widget oder allgemein den Widgets habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann mache ich ein weiteres Tutorial zu anderen Widgets. Wir starten einmal mit dem Follower-Ziel und dafür gehen wir hier einfach mal auf Follower-Ziel und dann Quelle hinzufügen. Hier können wir das Ganze jetzt beliebig benennen. Ich denke, Follower-Ziel passt ganz gut. Wir klicken dann hier auf Quelle hinzufügen und hier in diesem Fenster, ich mache das einmal groß, können wir nun alle Einstellungen für unser Follower-Ziel übernehmen. Als allererstes können wir einmal einen Titel vergeben und da nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel Follower-Ziel im Februar. Das Ganze ist natürlich nur ein Beispiel. Ihr könnt jetzt auch ein Follower-Ziel für 2021 benennen oder ein Follower-Ziel für die Woche, wie ihr das möchtet. Als nächstes könnt ihr jetzt bei Zielhöhe einmal das Ziel angeben, was ihr erreichen wollt. Also, keine Ahnung, wir nehmen jetzt hier im Februar, nehmen wir jetzt einfach mal 500. Das ist das Follower-Ziel, was wir im Februar erreichen wollen und hier bei Startbetrag müsst ihr euren aktuellen Follower-Stand angeben. Streamlabs OBS kann das nicht automatisch ermitteln und trackt das automatisch. Ihr müsst jetzt hier euren Startbetrag angeben, also wie viele Follower ihr jetzt gerade habt. Ich gebe jetzt hier einfach mal meinen an und ich meine, es sind 429. Das ist der Startbetrag. Alles, was jetzt ab 429 dazukommt, erkennt Streamlabs OBS. Die Follower-Ziel, die immer wieder weggehen, also wenn jemand entfollowed, werden nicht erkannt. Es kann also sein, dass dieses Ziel vielleicht erreicht wird, ihr dann aber Ende Februar doch nur 480 Follower habt, weil 20 sich wieder entschieden haben zu entfollowen. Das müsst ihr leider beachten. Es gibt auch keine Möglichkeit, das einzustellen. Das einfach so ein bisschen im Auge behalten, aber alle Follows, die jetzt dazukommen, zählt ihr auf jeden Fall mit. Außerdem kann man hier einstellen, wann das Ziel enden soll. Und natürlich bei dem Ziel Februar macht es Sinn, das Ganze jetzt am 1. März enden zu lassen. Wichtig hierbei ist, ihr seht das hier schon, MMDD, also erst den Monat, dann den Tag und dann das Jahr. Und wichtig auch, die Schrägstriche dazwischen zu machen und nicht irgendwie Punkte. Erkennt das sonst nicht. Problem habe ich am Anfang immer gehabt. Also wäre das jetzt hier der März, der 1. März und dann 2021. Dann können wir hier unten einmal auf Anfangsziel klicken. Das ist natürlich total schlecht übersetzt. Das heißt eigentlich nichts anderes, außer dass das Ziel jetzt losgehen soll. Also dass wir das jetzt aktivieren wollen. Eigentlich soll es nur Start heißen. Dann sehen wir jetzt hier einmal, wie das Ganze aussieht. Followerziel im Februar. 429 haben wir. 500 wollen wir erreichen. 23 Tage haben wir noch. Jetzt kann man das optisch natürlich noch ein bisschen anpassen. Und dazu gehen wir hier oben rechts einmal auf optische Einstellungen. Als erstes kann man dazu auswählen, wie das Layout aussehen soll. Also entweder Standard oder Condensed. Ihr seht, wenn man das Condensed hat, sieht das Ganze ein bisschen schlichter aus. Die Zahlen drumherum sind nicht dabei. Das ist natürlich für jeden jetzt Entscheidungssache, wie ihr das haben möchtet. Dann könnt ihr hier einmal noch die Hintergrundfarbe ändern. Dann hier einmal die Balkenfarbe. Da können wir vielleicht jetzt hier irgendwie so ein Gelb nehmen. Irgendwas vielleicht, was zu der Farbe des Kanals passt. Irgendwie so. Ich packe das jetzt mal ganz grob dahin. Das passt schon. Dann einmal die Balken-Hintergrundfarbe, die nicht gefüllt ist. Also dieser Teil hier. Dann natürlich einmal die Textfarbe. Und dann die Balken-Textfarbe. Und hier unten an diesem Regler können wir dann noch die Dicke des Balkens bestimmen. Das heißt, wenn wir das jetzt hier noch oben sehen, wird das Ganze ein bisschen dicker, ein bisschen größer. Und hier ganz unten dann noch einmal die Schriftarten, die wir auswählen können. Hier könnt ihr euer Follower-Ziel also optisch noch ein bisschen verändern. Und das war es dann auch zu den optischen Einstellungen. Zum Schluss gehen wir dann hier oben rechts noch einmal auf Quelle. Und hier solltet ihr eigentlich nichts verändern, bis auf einen zweiten Haken zu setzen. Und zwar bei Browser aktualisieren, wenn Szene aktiv wird. Sprich, wenn ihr dieses Follower-Ziel nur in einer bestimmten Szene eingeblendet habt, dass es dann auch wieder aktualisiert wird, auch wenn in einer anderen Szene jemand ein Follow da lässt. Das ist wichtig. Also hier den Haken setzen und dann unten rechts auf Fertig klicken. Und schon haben wir hier in unseren Quellen unser Follower-Ziel. Was wir hierüber jetzt natürlich auch noch größer und kleiner machen können und positionieren können. Die meisten haben das irgendwie rechts hier in der Ecke oder links oben, wie ihr das möchtet. Wenn ihr jetzt nach dem Follower-Ziel das Sub-Ziel erstellen wollt, ist es eigentlich genau der gleiche Ablauf. Ihr gebt auch wieder hier auf die Quellen. Geht dann auf Abonnentenziel. Ich mache das jetzt einfach mal ein bisschen schneller, weil es genau der gleiche Ablauf ist. Geht dann auf Quelle hinzufügen. Könnt das Ganze dann benennen, wie ihr möchtet. Abonnentenziel. Und ihr seht schon, es ist einfach genau die gleiche Aufteilung. Ihr könnt auch hier wieder das Ziel benennen, die Zielhöhe, den aktuellen Betrag. Könnt ihr hier eure Optik einstellen und müsst hier bei der Quelle auch wichtig, wieder auf Browser aktualisieren klicken. Wichtig, ihr könnt von dem gleichen Zieltyp, also jetzt im Beispiel Follower-Ziel, nur ein Ziel einblenden. Ihr könnt nicht zwei Follower-Ziele gleichzeitig haben. Das noch als kleine Info am Rande. Ja, das war es auch schon wieder mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Wie schon angesprochen, falls ihr weitere Tutorials zu solchen Widgets haben möchtet, schreibt mir gerne in die Kommentare. Oder schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wenn ihr das Ganze nochmal für OBS Studio haben möchtet. Und dann hoffe ich, das Video hat euch weitergebracht. Schaut gerne mal bei Twitch vorbei. Da könnt ihr einfach nur Hallo sagen oder auch weitere Fragen stellen. Der Link ist in der Beschreibung unten. Und dann würde ich sagen, haut ihr rein und bis zum nächsten Mal.